Er sah ausnehmend attraktiv aus. Außerdem war er reich und talentiert. Und er wirkte sexy. Aber das durfte Juliet nicht interessieren. Sie war ein Profi. Und dies war ein Job wie jeder andere. Carlo Franconis Aussehen, sein Charme, seine Reputation und sein Talent würden die Zusammenarbeit mit ihm vermutlich höchst angenehm machen. Dennoch studierte sie das glänzende Schwarz-Weiß-Foto, das vor ihr auf dem Schreibtisch lag, mit gerunzelter Stirn. Je länger sie es betrachtete, umso mehr befürchtete sie, die Arbeit mit ihm könne anstrengend werden. Herausfordernd lächelte Carlo den Betrachter von dem Foto an. Die mandelförmigen, dunklen Augen hellwach und spöttisch amüsiert. Das dichte Haar wirkte übermütig zerzaust und lockte sich leicht im Nacken und über den Ohren. Die markanten Gesichtszüge, das charmante Lächeln, die gerade Nase und die dunklen, leicht geschwungenen Brauen ergaben zusammen ein Gesicht, das dazu geschaffen schien, den gesunden Menschenverstand einer jeden Frau zu sabotieren. Nun, Juliet würde seine Ausstrahlung zu ihrem Vorteil nutzen. Sie hatte schon mit so manchen gutaussehenden Männern in ihrem Leben zu tun gehabt, auch mit Reichen und Talentierten. Allerdings musste sie zugeben, dass sie noch keinen Mann getroffen hatte, der all diese Eigenschaften in sich vereinte. Bisher hatte sie auch noch nicht die Möglichkeit gehabt, mit einem solchen Mann zusammenzuarbeiten. Jetzt erhielt sie sie. Und sie würde sie nutzen. Denn Autorentourneen konnten die Hölle sein, das wusste sie. Aber weshalb musste es ausgerechnet ein Kochbuch sein? Erfolglos versuchte Juliet, einen Seufzer zu unterdrücken. Carlo Franconis »The Italian Way« war, ob es ihr gefiel oder nicht, der größte Auftrag, den man ihr bisher übertragen hatte. Und sie würde ihn gut machen. Sie liebte ihren Job als PR-Agentin und war auch mit ihrer Anstellung beim Verlagshaus Trinity Press zufrieden. Stufe um Stufe hatte sie sich die Karriereleiter hinaufgearbeitet. Und ihr Ehrgeiz brannte heute, mit 28, noch immer so heiß wie vor 10 Jahren. Sie hatte geschuftet und geschwitzt, sich unablässig weitergebildet und gelernt, um diese Position und ihr eigenes Büro zu bekommen. In zwei Jahren wollte sie soweit sein, den nächsten Karrieresprung zu machen. Ihre eigene Public Relations Agentur. Eine der ersten Lektionen, die sie in der Werbung und Öffentlichkeitsarbeit gelernt hatte, war die, dass jedes Produkt grundsätzlich ebenso wichtig war wie das andere. Ob es sich dabei nun um den Bestseller handelte, bei dem bereits feststand, dass er verfilmt werden würde, oder um einen schmalen Gedichtband, dessen Verkaufserlös nicht einmal die Produktionskosten deckte. Jetzt also musste sie sich für die Rezepte eines selbstbewussten italienischen Chefkochs einsetzen. Sein Ruf eilte ihm voraus. Sowohl in der Damen- als auch in der Verlagswelt. Er ließ nichts anbrennen. Bei diesem äußerst passenden Bild huschte ein zufriedenes Lächeln über Juliets Gesicht und wusste das glühende Interesse der internationalen Klatschpresse für sich zu nutzen. Gleichzeitig aber waren seine ersten beiden Kochbücher absolute Bestseller gewesen. Die Verlage rissen sich um ihn. Und deshalb wurde er auf seiner aktuellen Tournee von einem Verlagsrepräsentanten, namentlich ihr, begleitet und verhätschelt. Der Erfolg seiner Bücher war durchaus berechtigt, wie Juliette ihm zugestehen musste. Zwar konnte sie selbst nicht einmal ein Spiegelei braten, ohne es in eine unansehnliche glibberige Masse zu verwandeln, dennoch wusste sie selbstverständlich, Qualität und Stil zu schätzen. Er brachte es fertig, das Kochen schlichter Spaghetti wie ein erotisches Erlebnis klingen zu lassen. Sex-Appeal. Davon hatte er wahrhaft reichlich. Und diese Eigenschaft würde sie sich zunutze machen. Bevor die dreiwöchige Autorentournee zu Ende war, sollte Carlo Franconi den Ruf haben, der erotischste Koch der Welt zu sein. Dafür wollte sie sorgen. Zwischenzeitlich jedoch blieb noch eine Menge Arbeit zu erledigen. Einen Terminplan aufzustellen machte Spaß. Sich dann daran zu halten, erforderte meist mehr Einsatz. Doch sie genoss beides. Juliette drückte auf den Knopf der Sprechanlage und meldete sich bei ihrer Assistentin. Deborah, mach mir bitte eine Verbindung mit Diane Maxwell. Sie ist Programmdirektorin der Simpsons Show in L.A. Fährst du direkt die schweren Geschütze auf? Genau. Es gab keinen Grund, nicht ganz oben anzufangen, sagte sie sich. Sollten sie es nicht schaffen, Franconi auf die Gästeliste der Simpsons Show setzen zu lassen, hatte die Tournee eine umso größere Berechtigung. Während sie auf die Verbindung wartete, sah sie sich in ihrem Büro um. Gut, sie war noch nicht ganz oben, aber schon ein gutes Stück in die Höhe gestiegen. Dort unten auf der Straße, 20 Stockwerke tiefer, hastete, hetzte und drängelte New York durch einen weiteren Tag. Nur wer Biss- und Durchsetzungsvermögen hatte, konnte hier überleben. Das hatte auch Juliette Trent lernen müssen, nachdem sie aus dem relativ gemütlichen Harrisburg, Pennsylvania, hierher gezogen war. Ihre Mutter hatte sich in der Rolle der perfekten Vorstadthausfrau eingerichtet. Juliette nicht. Sie war eine moderne Frau, unabhängig, selbstständig und karriereorientiert. Das Apartment in der 70. West hatte sie mit viel Sorgfalt und Liebe zum Detail selbst eingerichtet. Auf ihre berufliche Laufbahn konnte sie stolz sein. Juliette hatte gelernt, wie man mit der Presse umging, vom Star-Korrespondenten der New York Times bis hin zum freien Reporter einer kleinen Lokalzeitung. Und sie wusste, welcher Ton bei den Crews von Talkshows angebracht war. Es war ein Abenteuer gewesen, das alles zu lernen. Und da sie sich im Privatleben nur wenig Abwechslung gönnte, war der berufliche Erfolg umso erfüllender. Als die Sprechanlage summte, atmete sie einmal tief durch. Jetzt würde sie also all ihre Überzeugungskraft einsetzen können, um Franconi in der erfolgreichsten Talkshow ganz Amerikas zu platzieren.